Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, gut. Und ein letztes Mal. Nach wie vor sage ich noch kein Kommando, weil sie einfach nur nicht sicher in die Position kommt. Super. Ja, das kann auch hier rumliegen. Trotzdem darf man da natürlich nicht drangehen. Okay. Guck mal da. Guck mal da. Schön. Ah, weißt du schon, was kommt, ne? Toll, der hat mir gut gefallen. Ganz brav. Und zwischendurch kriege ich auch mal, dass die Länge eine Position hält. Ich möchte ja nicht, dass sie nachher schon von alleine die ganze Zeit für die Position wechseln. Gut. Prima. Tolle Maß. Gut. Ja, gut. Auf der Glück zu mir. Zwischendurch mal eine Länge zu mir. Oh, klasse. Ja, 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 ja. Ja, ja. Jawohl. Also beim Target, ich habe die Entfernung jetzt ein bisschen größer gemacht. Ich stehe jetzt schon dabei. Sehr gut. Klasse. Und wenn ich sehe, dass es wirklich anläuft, dann sage ich auch schon kurz bevor sie da ist, das Kommando. Box. Box. Jawohl. Super. Uiuiuiuiui. Box. Yes, das ist gut. Ab und an belohne ich es auch hier. Da wird man sehen, ob sie das öfter machen muss, als sie sich angewöhnt, nicht mehr so richtig das Target anzulaufen, sondern abzukürzen. Wie man das hier macht? Genau, so gerade eben. Jawohl. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Also den Mund zwischendurch auch mal denken lassen. Ist auch nochmal gut. Super, oh. So, gestern haben wir angefangen mit dem Wackelkissen oder Lannonskissen oder wie auch immer, das hat sie schon, ich denke, vom Target abgeleitet, weil sie ist da sofort reingegangen. Das war sehr schön. Boah, bist du clever. Das hat sie tatsächlich erst einmal gemacht. Toll, Mont. Sehr toll. Ganz brav. Ja, super. Ich habe jetzt nicht mehr geknickt. Sie stand ja schon gerade mit zwei Füßen. Ja, das wollte ich haben. Super. Zwei Füßchen drauf. Ja, klasse. Klasse. Okay. Das willst du haben? Ja, das willst du haben. Ja, supi. Und jetzt? Klasse, gut. Boah, du bist aber ganz schön schlau. So, wir haben auch schon ein bisschen apportiert. Allerdings ist das drinnen nicht so toll wie draußen. Also draußen holst du das wirklich sehr schön. Boah, da hast du dich besetzt. Und bringt es auch zu mir. Das gefällt mir echt gut. Ich habe das nicht ganz gut. Ich versuche es einfach mal, ob ich es auf dem Video kriege. Oh, tolle Sache, ne? Guck mal hier. Tolle Sache. Und dann? Ja! Supi! Ja, hast du gemacht, ne? Boah! War das kaum? Ja, komm. Komm, ja. Super. Ja, komm. Ja, komm. Komm, ja. Ja, das war gut. Also wenn sie das falsch aufnimmt, finde ich es nicht so schlimm. Die werden es später auf Distanz richtig aufnehmen, weil es einfach so prima zu tragen ist. Das ist aber albern, ne? Oh, toll! Was machst du? Will? Nee, du musst sicher mitbringen, du kleine Wettel. Oh! Ja! Tatschling! Komm, 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 komm! Jawoll! Und das lasse ich dann auch direkt zu stehen. Wie gesagt, ausgeklappt ist etwas besser. Super gemacht! Tolle Biele!